Es ist Zeit für ein Business. Man beendet seine Berufskarriere entweder als CR-Spieler oder lebt so lange, bis man sich selbst in Valorant wiederfindet. Doch das Echo meiner Vergangenheit, der Ruf von Counter-Strike, ließ mich nie los. Was man im Innern ist, zählt nicht. Was wir auf dem Server tun, zeigt, wer wir sind. Aber seien wir ehrlich, Valorant liegt jetzt bei den Fischen. Mein Herz brennt wieder für CS und Vic kam und hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablegen konnte. Nicht als Spieler, sondern als Bote. Als Stimme, als Stimme von Vic. Vielleicht bin ich nicht der Don, den ihr verdient. Aber ich bin sicherlich der Don, den ihr braucht. Mein Name ist Sonix und ab heute ist der Don zurück bei Vic.